Wir treffen uns heute zum zweiten Mal. Wir haben heute ein abteilungsübergreifendes MOST-Projekt, also ein MOST-Verwertungsprojekt. Das haben wir schon einige Jahre. Ist das im Gang bei uns? Und der Sinn ist eigentlich, dass wir abteilungsübergreifend das Obst verwerten. Und dass man auch ausser unserer Arbeitszeit auch die Kameradschaft auf einer anderen Art pflegen kann. Hier sind wir eine Relle gewesen. Rundum haben wir eine wunderschöne Streuobstwiese. Wir sehen hier die Blähe. Wir haben von hier geschüttelt. Wie ihr sicher gesehen habt, geschüttelt haben wir nur. Weil nachher geht das Obst, in einer Stunde, haben wir schon den Termin beim MOST. Und darum spielt es keine Rolle, wie ein Nöpfel einmal verletzt wird und weil er gleich verarbeitet wird. Ihr seht hier im Hintergrund, das ist ein wunderschönes Obst, das die Mitarbeiter hier schon geändert haben. Und wir sind auch sehr glücklich, wie viel es gegeben hat und auch überwältigt. Weil wir haben nicht ganz so viel gerechnet. Und jetzt ist es umso schöner, haben wir so viel schönes Obst. Und was auch dazu zu sagen ist, wir haben ein biologisches Obst, das nie gespritzt worden ist. Es macht uns besonders stolz, vor allem, wie man diese Qualität anschauen kann. Zum Schluss gibt es natürlich auch immer, bei uns im Werkhof Hosse, gibt es natürlich im Festbank zu ein Bier und eine Grillwurst. Das darf natürlich nicht fehlen. Das gibt es immer noch ein paar Tage Zeitungen. Mit einem gebogen